Wir können den ersten Voidminer machen. Wer ist? Bei Industrial Rebirth, das müsste der Void-Ressource-Miner sein. Ach ja. Sehr gut. Ich würde aber davor wirklich erstmal die anderen, also das ist ja wie eine Reihe aufgebaut. Nee, du kannst auch da hinten mit der anfangen. Ja, aber ich würde erstmal mit der, weil die anderen Sachen braucht man glaube ich dafür. Auf jeden Fall dieser Information-Screen, den braucht man dafür, das weiß ich. Äh, warte mal, warte mal, was für ein Informations-Screen, hä? Den brauchen wir zum Bauen davon. Äh, Darko? Ja? Das ist das hier, was wir zum Anfang hatten. Nee, Informations-Screen. Information-Screen heißt das. Hier steht nicht das Buch, den Screen davon. Ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Ich bin gerade bei der dritten Quest-Reihe. Genau. Und links vom Ressourcen-Miner. Die schwarze Platte. Äh, das hat nichts damit zu tun, das brauchst du nicht dafür. Das hat nichts damit zu tun, Darko. Okay. Außerdem im Quest-Buch, du siehst doch zwischen den Dingern die gelbe Linie. Das heißt, du kannst wirklich mit dem da hinten anfangen, du siehst ja auch, ähm, links auf der Seite, wenn du das Quest-Buch offen hast, der Woody, den kannst du noch vorn im Mixen-Match machen, weil dahinter so eine gelbe Linie lang geht. Ich weiß, dass man ihn machen kann damit, ich dachte nur, man braucht, weil sie perfekt alle auf einer Linie sind, erstmal vorher die anderen Sachen, damit man das überhaupt herstellen kann. Nee, dann wäre das grau hinterlegt. Das wäre halt... Ich würde aber trotzdem erstmal, ähm, wenn du Zeit hast, mach bitte erstmal die Power-Zell Medium wenigstens, dass man... Ich gucke jetzt so, wie man macht. Triple Compressed Couplestone, Advanced Electronic Zoku und Iron Wands. Wir brauchen Reinforced Metall. Stabilisiertes Metall kriegen wir aus Hardened Mesh, Eisen und Refined Hardener. Aus Diamond Ingots kriegt man den Lava und Wasser. Ich fange wirklich noch nicht mit dem an. Ich glaube, den herzustellen, mache ich dann später irgendwann in einer Timelapse, weil der ist echt aufwendig. Und ich brauche dann noch die ganzen anderen Blöcke dazu. Und der Ressource Miner ist noch nicht der Erzminer, wir kriegen da nur Tod und Steine und sowas raus. Äh. Der Ressource Miner kommt dann erst im Quest Buch Abschnitt 4. Voralledem, das ist ja nur der Controller. Braucht man da nicht noch mehr? Wir brauchen noch ganz viele Blöcke dann dazu. Natürlich. Es gibt Tier 1 bis Tier 6 hier glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Äh. Das ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, ja, es geht bis Stufe 6. Das wird dann immer größer und größer. Aber du kannst dann dort auch Lack draufschmeißen, zum Beispiel. Ähm. Ähm. Dann mache ich jetzt, äh, mache ich jetzt mit dem Compressor weiter. Microwave Extractor oder, ne, mit dem Woody. Den brauchen wir nämlich eine Sommel. Haben wir die? Ja klar. Womit machen wir unser Holz? Ich glaube das... Ne, das ist nicht die, die ich brauche. Aber es ist eine Sommel. Ich brauche eine andere. Tier Medium. Ähm. Standard Machine Casing, Reinforced Machine Casing. Ich hab schon ausprobiert, ob die denn wenigstens geht. Aber wenn du eine andere brauchst. Warte mal, das ist von Tech Reborn. Und die ist von Thermal... Von Thermal Expansion, dann geht das nicht. Ed Tech Reborn. Ja, wenn man sich... Was willst du überhaupt machen gerade? Ähm. Die Quest Woody. Wo ist hier? Ach du Heimatland. Stahlplatten und Advanced Electronic Circuits. Nein. Microwave. Ähm. 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 Ich will... Hallo? Ich will... Hallo? Hallo? Ach. Electronic Furness. Ähm. Electronic Furness. Hey, Furnesss. Und das ist jetzt Chinever Dahr, Blablabla... IndustrialElectronic. Oh! Muss man sogar alles haben! Hä? Wo sind diese Dinger, die ich hergestellt hatte? Ich hatte die ja noch im Backpack. Redstone und ein Iron Furnace. Reinforced Iron. Okay, haben wir alles. Reinforced Iron, Redstone. Und ein normalen Furnace. Das. 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 Extractor. Extractor. Ich brauche Tree Trap. Basic Machine Frame. Hattest du schon welche gemacht oder? Basic Machine Frame. Irgendwo hatten wir glaube ich mal welche. Advanced Machine Frame. Genau, den hatte ich einmal bekommen, aber nicht gemacht. Oh, Latex. So. Und dann brauche ich die Tree Trap. Die hatte ich hier auch irgendwo. Glaub ich. Nicht. Schön. Der wird Block of Reinforced Iron. Daraus macht man das. Was ist das hier für eine Stanze drin? Das ist die falsche. Hallo. Gehst du mal ab. Hä? Jetzt. So. Einmal das. Und dann drei soeine. Mit Tree Trips haben wir nur einen. Die macht man aus Locks und Sticks. Die macht man aus Locks und Sticks. Ich setze die Maschine mal ganz kurz hier hin. Die müssen wir nämlich mit was anderem dann später abbauen. Kannst du nicht mit der Picke abbauen. Doch. Ich kann sie mit der Picke abbauen. Oh. Im Heck hin bei Pickex. Ne. Lass es. Ey. Was ist denn das? Den kannst du von mir aus mal probieren. Ich glaube du kriegst nur das Machine Frame raus. Ja. Und was kann man die abbauen? Mit einem Dingsbums Teil. Hier. Wie hieß das? Was hast du vorhin gebaut für die Ene Maschine? Ähm. Wrench. Eine Wrench. Genau. Viel Spaß. Ich hab keine Ahnung wo ich den hingeschmissen hab. Äh. 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 Dafür. Zwei Elektronik Firness. Wow. Äh. Das ist sowas. Hammer Hammer. Äh. Äh. Das sind echt geile Geräusche. Ähm. Neue ungelesene Nachrichten im Discord. Okay. Wir haben kein Wasser mehr hier drin. Wir haben kein Wasser mehr hier drin. Äh. Das ist sowas. Äh. Aber los ich suche gerade was das und das ach du scheiße ja gut kannst du mal den dritten warte mal Bronze, Electrum oder Invar können wir uns jetzt aussuchen bitte kein Bronze also Invar so dritter Quest ja dann die Quest mit dem Pipe Hero to Veera das ist ziemlich in der Mitte und dann ein Link warte mal das dritte 1, 2, also industrial wo du die ganze Zeit bei bist dann hast du ja zentral darunter noch diesen roten Kompressum frei und einen darunter und einen nach links ist noch grau hinterlegt ja diese Pipe die brauche ich damit ich erst mit Immersive weitermachen kann ja dann wird das noch ein bisschen dauern was soll ich claim Gold oder Invar ist mir Latte Bronze oh ich habe zwei Diamanten vier Rainbow Curry bekommen und Hamburger Rainbow Curry okay ja gut das Essen erst mal hier reinhauen dann mache ich die Power Cell Medium okay warte mal was Power Cell Medium wo ist denn das schon wieder das was du nicht machen wolltest dritter Quest Tab oben rechts nee da habe ich nicht gesagt dass ich das nicht mache ich war bei Woody ja aber egal na warte mal ich mache jetzt den Kompressor und dann fehlt bloß noch eins für das Ding Kompressor Scheiße es fehlt jetzt an Electronic Circuit Copper Gold Silikon und Redstone und Reinforced Iron Plate da habe ich noch elf Stück Gold habe ich noch elf Kupfer haben wir drei hier sind noch mal vier hier ist noch ein bisschen was drin habe ich ja gefarmt und Silikon ich hoffe das Latex reicht aus dafür du kannst auch hier den Holoprojektor machen von was wie wo The Final Frontiers das dritte von unten das dritte von ich habe nichts gemacht das ding läuft von alleine durch ich habe schiff gedrückt okay automatisches herstellen bis nichts mehr da ist ja genau was machst du das nie sonst immer schiff weil ich immer nur so viel herstelle wie ich halt brauche aber ich hatte jetzt genau so viel drin ja ich lege mir immer so viel rein wie ich brauche und drückt und schiff das das redstone und das wir können normales los tun die blöcke ja muss das klein häckseln im häckseln ja haben wir irgendwo noch zwei guten hopper die wir gerade nicht benötigen doch den hier oben dann habe ich doch gerade verwendet oder einfach wobei so geht es auch schon und was bringt uns dieser holo scheiß testen ich habe den bei mir nie aufgebaut shift right willst du noch einen zombie villager nee oh wir haben einen ach nein shift right klick so das ist den hammer ich brauche noch so ein machine frame das ist shift und control also shift und scroll wir haben bald keine lava mehr im tank dann claudio was von der schmelze wow wie gäbts das ich hielt mit dafür ach so oh dieser holo projektor ist so ähnlich wie dieser projektor von immersive den kann man dann irgendwie guck mal hier siehst du das auch oder sehe das nur ich warte mal so ne das sehe ich auch genau das projiziert einfach nur die blöcke dahin die man dann macht ähm von welchem mod ist der denn von ich weiß noch nicht so ganz wie ich das wegkriege einfach abbauen ach so einfach abbauen und stone aber hier zum Glück welchen so das ist erledigt ähm das ist erledigt rolling machine und dann gehts zu den dingern die rolling machine braucht zwei kompressor wir brauchen schon wieder basic machine frame und äh stellst du bitte mal vier pistons her ich kümmere mich um um scheiße was kümmere ich mich jetzt hier das ist ja alles so beschissene ja dann halt um das beschissene mhm brauche ich dir das für also heißt es für mich gleich wieder farm ach so dann verwendest du das gerade gut dann nimm ich den hier äh gottchen 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 ich muss advanced electronic circuit herstellen haben wir lapis ohne lapis geht heute nix mehr schön ja gut wer hat alles verbraucht und sich damit selbst ins eigenes Fleisch geschnallt und glowstone glowstone kann ich ja gleich holen ist nicht das problem lapis, redstone, glowstone und industrielle gold cable brauchen wir auch noch ne brauchen wir nicht das normale electronic circuit oh das habe ich sogar noch nice nice oh wenn ich das schon höre ähm ich hasse dieses spiel ich brauche eigentlich das da das muss ich schon wieder schmelzen was habe ich hier drinne wow baukset ohr da ich bin zu faul die paar blöcke zu laufen auch sonst brauchst du lange zum schmelzen Eieiei Brauche ich echt 5 mehr davon? Ne, 4, das andere waren 5 So, haben wir 1 Da haben wir 1 Jetzt brauche ich noch mal davon was Und davon was Eisen, 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 Eisen So, Stahl, 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 Stahl Habe ich die schon mal Fluid Park, 2 Stück Okay So, da habe ich 5 Ich brauche nur 2 Dann brauche ich wirklich noch Lapis, Klostern und Redstone Denn das stabilisierte Metall, müsste ich dir aus Theftech noch was sagen Yep Das geht hier ein bisschen einfacher herzustellen Ich habe schon einen Inget davon Ich habe schon einen Inget davon Warum habe ich das da reingeschmissen Hä Warte mal, doch 5 5 Jetzt brauche ich noch 5 Lapis und 5 Redstone Und Ach du Scheiße Kannst du laut sagen So Ihr tradet jetzt Lapis mit mir Arschloch 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 Ach komm, Lapis Willst du mich hier ganz verarschen Ich würde sagen Karma Schelle Ja komm, du hast bei dir auch Stackweise Lapis drauf geschmissen Habe ich auch, aber ich habe immer genug übrig gelassen Mindestens immer ein Stack Und trotzdem hast du Instant auf Stufe 3 alles gemacht Mit Lapis Kacke Gehst du jetzt Lapis fahren? Ja, ich muss welche suchen, na klar, ich brauche das Ihr macht doch erst was anderes, bis ich wieder fahren gehe Oder nimm doch meinen Miming Drill nicht Ähm, was anderes machen geht in dem Punkt noch nicht Das ist die Quest vor den Cablen Und du willst ja die Cable haben Klar, aber dann verbaust du mir wahrscheinlich unten wieder Die ganzen Strip-Mining-Gänge, oder? Pfff, kann gut sein Die sind sowieso Kacke angelegt, weil die nur 2 hoch sind Wieso? Ab da, wo ich ja mit dem Dingsbums war Sind sie ja 3x hochgelegt Ich bin jetzt ein Mim, der nur 2 hoch ist Und einen Gang lang Und das war einer deiner ersten Und das war einer deiner ersten Ja, in den ersten kannst du Ich dachte, du machst jetzt hinter mal 3x3 Gang noch wieder ein Sehe ich so aus? So, ich habe kein Bock jetzt so weit zu rennen Ich hoffe, dass ich hier in den Dingern irgendwas finde Wie denn? Da habe ich doch alles abgefahren Ne, ich grabe eben überhaupt zur Seite immer rein Ach so Wieso Redstone? Das will ich nicht Ich sehe schon, ich gehe gleich fahren Ja, das müssen wir definitiv off-screen mal machen Ähm, würdest du ein 2. Mining-Tool bitte herstellen, dass wir das dann zusammen machen können? Was? Weißt du, wie anstrengend einer war? Ja Wir sind ein 2er Team Also würde ich wohl sagen 2 Wir sind zwar ein 2er Team, aber bisher erfahrt nur das eine Team vom 2er Team Immer So, ich schicke dir dann wieder eine Folge, dass du siehst, dass ich auch sehr oft farmen war Wenn du das unbedingt möchtest Und du weißt, ich mach das Toll, was beweist mir eine Folge Wie viele Folgen haben wir für euch? Nö, ich schicke dir alle Folgen Das war's! So, f regulatorierk Wieśli Untertitelung. BR 2018